jo leute und damit willkommen zu don't stop mit dem flash mit centus und zwar spielen wir jetzt dieses TOGETHER don't stop together geh du mal unten ruhig lang wir treffen uns am besten direkt hier wieder in der mitte direkt beim portal ist sowieso wenn wir was besseres finden dann sollte man auch auf der karte sehen ne ja kannst du auf der karte glaube ich sehen ja kann man auch ja genau da treffen wir uns wieder mhm dann können wir da unser lager erstmal aufstellen ja naja schade dass ich nicht die woody nehmen konnte wenn wir zu zweit gelaufen hätte ich die bäume unterwegs abgehetzt schon ok ja oh jetzt wirds dunkel bye also für feuer hab ich schon mal was ja ich hab schon ne axt ok ich hab auch schon essen kreip machen naja sag ich auch schon was ne kaninchenfall hab ich schon gebaut ach hier unten sind steine ok ein flint fehlt mir noch äh hab kann ich mitbringen ja ne das schon so ähm bei den werkzeugen gibt es da so ne so ne hake wo du länder rausnehmen kannst das ist ganz gut da kannst du später wege mit rausnehmen und dir die schnellen wege irgendwo hin verleiten ok und dreh am besten ab und zu mal die kalte manche hast hinter dem bäumen irgendwelche steine rumfliegen oder so wie waren das nochmal q und e ja ich wusste das da irgendwas war und fl- und blumen sammeln hm spitzer gabi auch ja super dann kannst du die steine abernten ein gold brauchen wir für den anfang ein gold haben wir ne ein nid haben wir ich wollte grad schon sagen ein gold hm wir sollten uns gleich mal in der mitte treffen hm ich hau den letzten nochmal und dann geh ich schon mal hoch ich komm jetzt runter ah man sieht aber nicht mehr so oft einen auf der karte ne also nicht ich komm schon mal hoch weil das gleich dunkel wird ja ich bin schon mal da ne ja da land wer das hallo hain centus lass uns hier bleiben hier vorne ja genau in diese flicht hier äh willst du ein feuer bauen oder so ich? kann ich grad nicht mehr kann ich generell noch nicht und dann mach du ja warum hast du mir Müll zugeworfen ach das macht der automatisch ja hast du ein gold nein ich habe nicht kommen uns vorher stellen also das muss bei den steinen gleich noch mal gucken ja dann kannst du in der zeit heute wollte ich gehe ich muskelman ich krieg kein muskelman hin ich krieg kein muskelman hin da bin ich nämlich stärker auch wenn du isst ja wenn ich voll live hafte bin ich saustark geil siehst wie die nadeln jetzt aber vorher noch nicht nee das ist also das ist ja noch dieses normale ohne dieses wie sein de giants oder so aber tausend mal lustiger zu zweites kommt schon meine frisse ich ich muss da nicht will gleich hier so direkt kaninchen versuchen einzufangen ersten tag gleich ja wir schauen mal wie lange wir durch halten zu zweit ungewohnt für uns beide haben wir sonst auch immer den ersten tag schon leck muss halt immer bad host okay ja da muss ich wie gesagt immer gucken set farben ich habe einen kleinen lecker blieben ja das ist ein klaus betern er weiß ja nicht wie das hält blum ist das ja nicht war das schon vorher dass du mit leertaste aushauen kannst ja klar ich habe ihn okay ich habe zu lange nicht mehr gezockt oder auch ja gut ich habe gesagt ich habe viel mehr jetzt mit controller gespielt falls einfacher ist genau so wie du mit leertaste auch einfach abbauen kannst ja klar brauchst du normalerweise hier gar nicht mehr maus nutzen dafür die maus nimmst du nur um schnelle sachen zu ziehen oder so ja aber wir brauchen gold damit wir eine schaufel bauen können die schaufel brauchen wir gold ja damit wir dieses ding machen können die science machine die maus ist eigentlich nur dafür um schneller an die sachen zu klicken ich habe auch die ihn gefunden so viel auf einen fleck als kannst du alles so abenden ich will nicht hoffen dass wir so ne ich sag mal ne scheiß mapper erwischt haben so ne wüste können wir haben ja klar können wir haben star and starved ja random maps was für beschissenes was voll gemein ist von den random maps ey du was willst du denn mit ner gleichen map immer haben ja aber die so extrem beschissen sein können oh ja wenn du so ein tentakel ding hast direkt in der nähe ja scheiß mit dem schwein wenn du essen hast versucht das wirklich ganz knapp zu halten dass wir erst abends immer alles durchbraten außer du hast wirklich ganz viel hunger dann kannst du nicht essen ja ja ich sag mir erstmal grundlegende materialien ich weiß doch wie das ist ich sag ja nur mit den toden einspielen ich brauch holz 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 oh stein aber das ist glück mit dem stein ich kann gleich so ein großes lager vor einstellen ja besser wäre ein gold naja ich weiß ahhh ein stück wüste sehr viel wüste bitte bitte oh bitte so ja kaninchen jawoll kaninchenfarm eine kaninchenfalle zwei kan- ach wir machen gleich vier ahhh mir fehlt gras ach so ach du bist auch hier ja ja ich bin doch hier zu gange gerade so weil hier sind meistens steine zu tun set it up, set it up ja wie bleibt dich denn geradeaus von da wieder ok wenn es keine steine mit zusammen hat ne fuck ich darf mal noch ein bisschen weiter jetzt bin ich dir nicht gefangen ok hallo du sollst in die andere richtung rennen ich hab aber zwischendurch dass es zurück rennt ein kostenmoment oh frosche ok hey hallo schwein ah fuck das sind die angriffsschweinchen ich angriffsschweinchen und schweine die dich angreifen und sie buffen die büffel und schweine normalerweise greifen die die schweine gar nicht an das sind andere die bei den totems ah das sind diese komischen froschmenschen da nein das sind schwein komm schon wieder nach oben erstmal